Hättest du mir, seit du nicht mehr in Portugal bist, ein Zeichen deiner Liebe gegeben? Ich hätte alles getan, von hier hinauszukommen, verkleidet, und hätte dich aufgesucht. Himmel, was wäre aus mir geworden nach meiner Ankunft in Frankreich, wenn du dich nicht um mich gekümmert hättest? Diese heillose Verkommenheit, welcher Gipfel von Schande für meine Familie, für die ich viel Liebe habe, seit ich dich nicht mehr liebe. Ich gebe mir, siehst du, ganz kaltblütig Rechenschaft darüber, dass ich hätte unter Umständen noch bedauernswerter werden können, als ich bin. Das ist vernünftig gesprochen, nicht wahr? Wenigstens einmal in meinem Leben. Ob es dir gefällt, dass ich mich zusammennehme, ob du zufrieden bist mit mir, will ich nicht wissen. Ich habe dich schon gebeten, mir nicht mehr zu schreiben. Ich bitte dich nochmals dringend darum. Ist dir noch nie zum Bewusstsein gekommen, auf welche Weise du mich behandelt hast? Denkst du niemals daran, dass du gegen mich mehr Verpflichtungen hast, als gegen sonst jemand auf der Welt? Ich habe dich geliebt wie eine Wahnsinnige. Wie habe ich nicht alles andere mit Füßen getreten? Dein Benehmen war nicht das eines Mannes von Ehre. Du musst schon gegen mich eine natürliche Abneigung gehabt haben, dass du nicht aus Liebe zu mir vergangen bist. Und was mich so von dir einnehmen konnte, das waren recht mittelmäßige Dinge. Was hast du mir eigentlich zum Gefallen getan? Welches Opfer hast du mir gebracht? Warst du nicht hinter tausend anderen Vergnügungen her? Das Spiel, die Jagd, hast du sie vielleicht aufgegeben? Bist du nicht der Erste gewesen, der zum Heere abging, und bist du nicht später wiedergekommen als alle anderen?